Kinder lieben Tiere. Und ich kenne, glaube ich, kein Kind, das nicht irgendwann einmal in einer Phase seines Lebens den Wunsch nach einem Haustier geäußert hat. Manche Kinder wünschen es sich, jedes Jahr zu Weihnachten, zu jedem Geburtstag. Das Leben mit Tieren kann für Kinder eine riesig große Bereicherung sein. Das Leben mit Tieren heißt aber immer auch, es geht eben auch um ein Lebewesen. Und auch dieses Lebewesen braucht einen Lebensraum, der seinen Bedürfnissen entspricht. Die Achtsamkeit der Montessori-Pädagogik muss sich klarerweise auch auf alle anderen Lebewesen beziehen. Das heißt, wann ist denn die gute Zeit, ein Haustier in eine Familie zu holen? Und was kann man denn erwarten, dass Kinder dann auch schon machen? Die Entscheidung für ein Haustier, so sehr Kinder sie sich wünschen, ist eine Entscheidung, die wir Erwachsene fällen müssen. Denn es ist ganz klar, die Verantwortung für dieses Lebewesen liegt für eine ganz lange Zeit und für eine große Menge auch in unseren Händen. Wir tragen die letzte Verantwortung für das Wohlergehen des Lebewesens, des Haustiers, der Katze, der Hund. Und in dem Moment, wo wir die Verantwortung übernommen haben, müssen wir wissen, das ist nichts, was nach ein paar Tagen wieder vorbei ist. Kleine Kinder, also Kinder in der ersten Entwicklungsstufe können an der Pflege von Haustieren ganz klar teilhaben. Also je nachdem, welches Tier es ist. Tiere, die in einem Käfig leben, da können Kinder von Anfang an helfen beim Reinigen. Sie können natürlich helfen beim Füttern, das ist immer die große Freude. Dann gehört natürlich dazu, dass man sie vielleicht streicheln kann, in den Arm nehmen kann. Also etwas hat oder emotional eine Beziehung aufbauen kann zu diesem Tier. Aber die Letztverantwortung liegt bei den Erwachsenen. Selbst wenn uns Fünfjährige im Brust und der Überzeugung sagen, ich werde immer aufpassen, haben sie ein anderes Gefühl von Zeit als wir. Das heißt, wenn wir ein Haustier haben, die letzte Pflege liegt immer bei uns. Montessorisch gesprochen ist immer die Frage, hilf mir, es selbst zu tun. Wie können wir Kinder in diese Prozesse denn mit hineinnehmen? Und in der ersten Entwicklungsstufe sind es vor allem dieses für das Tier Sorge tragen bei Ernährung, bei Reinigung, bei Pflege im weitesten Sinn. Schulkinder können hier natürlich schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, wollen auch mehr Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig ist trotzdem klar, dass den letzten Blick darauf wiederum wir Eltern oder wir Pädagoginnen haben müssen, weil Kinder die Regelmäßigkeit nicht immer nur mögen. Ich meine, wir vielleicht auch nicht. Aber wenn wir ein Haustier haben und dieses Haustier braucht täglich einen Spaziergang oder dieses Haustier braucht täglich die Reinigung eines Käfigs oder dieses Haustier braucht täglich die Reinigung seines Kistchens, dann sind Schulkinder natürlich Teil dieses Prozesses. Aber die Erinnerung kommt immer wieder auch von uns. Und selbst wenn die Kinder uns versprochen haben, sie werden das immer machen, werden sie es nicht immer tun ohne Aufforderung. Das heißt, es ist ein weiteres Familienmitglied, das dann in unser aller Verantwortung liegt. Und wir genießen das Leben mit einem Tier, aber wir haben automatisch auch mehr zu tun und mehr zu denken mit einem oder mehreren Tieren. Das heißt, all das muss vorab unter uns Erwachsenen bedacht, geklärt sein, bevor wir uns auf das Leben mit einem Haustier einlassen. Wenn wir uns darauf einlassen, die Kinder werden sich freuen, die Kinder werden profitieren davon. Denn für viele Kinder, gerade in Situationen, wo es vielleicht schwierig ist, wo man müde ist, traurig ist, Krisen hat, einen Streit mit einem Freund, manchmal ist der vierbeinige oder zweibeinige Gefährte einer, dem man Dinge erzählt oder wo man emotional das Gefühl hat, der mag mich auf jeden Fall. Das heißt, das Leben mit einem Tier kann eine ganz, ganz große Bereicherung für Kinder sein. Es kann eine tolle Anregung sein für viele Tätigkeiten mit diesem Tier. Die letzte Verantwortung liegt bei uns, aber es ist es ganz häufig wert.